Ciao yo, meine lieben Mitüberlebenden, willkommen zurück zu... Submortica Below Zero, ja. Ähm, ja, er meinte hier grad vor uns rumschweben zu müssen. So, ich wollt mich noch ein bisschen umgucken. Wo wir wahnsinnig schweben müssen, weil wir Hunger und Durst haben. Wir haben bisher auch noch keine Dings... Alter, wie viele! Ey, öff... Also nichts gegen die Livia-Lewire von Leuchtwahl, die sind ja friedlich und so. Aber ist das nicht ein bisschen viel? So. Komm ich hier jetzt wieder zu Dings? Nö. Vielleicht sollte ich doch nicht mit dem ganzen Anhänger am Cargo fahren. Ich will nur aufpassen, dass ich nicht gehe aus wie den Gegenein von den Pfarrern mir dann irgendwie den Zorn der Wale zusiebe oder so. Das wäre uncool. So. Das sieht auch riesig hier aus, ne? Warum haben wir auch nicht gezeigt, was oder wo oder wie oder so, ne? Hm. Was machen die da oben? Da vorne ist noch was. Wir gucken auch mal an. Ich frag gar nicht. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist eine Early Access Version. Ja, fragen wir gar nicht. Fragen wir da gar nicht nach, Leute. Oh no, fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hehehe. Tschüss. Ich hab nicht so wirklich den Bedarf gerade nach tiefen, tiefen, dunklen Orten. Oh, so ein riesen Berg hier, ne? Da wäre gerade zwischendurch, durchgefahren. Ja. Es wäre, es wäre nicht möglich, hier eine kleine Basis zu bauen, ja, aber. Man könnte eine Kommandozentrale hier wieder bauen und alles reinpacken, so. Ja, lass uns jetzt, lass uns jetzt erstmal wieder nach Hause fahren. Ich würd gern was trinken, was essen. Würde uns dann essen und trinken vorbereiten, dass wir auch mitnehmen, das fack ich dann. Also wir nehmen nur ein Cargo mit. Ich werd die anderen beiden dann gleich ab, ab, stöpseln. Und wir fahren dann mit, wir fahren dann nur mit einem, mit einem Anhänger hier wieder her. Ja. 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 Es war ein kleiner Weg, nur hin, aber hey. Woher? Wie? Ihr könnt gerne zur Basis fahren zu mir, bei meiner Basis. Ihr könnt da gerne hingehen. Äh, jetzt kommen die Spiegelfehler wieder. Und ich werd gerade komplett blind. Was ist denn nun los? Entschuldige. Das war so nicht geplant. Also könnten wir dann gleich mal unsere Bahn auch wieder ein bisschen aufladen. Patsch. Hey! Aus. Pui. Düm, 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 ab geht's nach Hause. Die Frage ist einfach, was hat sich auch so ein bisschen teilweise anscheinend schade ist, ist einfach, dass du, ähm, diesen Zug hier zwar hast, aber keine Möglichkeit hast, den Krebs da zum Beispiel dran zu hängen oder so. Weil, ähm, ähm, die haben ja nun mal auch den Zyklopen hier rausgenommen, so. Und der Zyklop war ja nun mal auch groß und riesig genug dafür da, die, ähm, den Krebs mitzutragen. Das heißt, du konntest den ab in den Zyklopen rein und das hat, ah, und hast den dann halt, ja, dann rausgelassen, wenn du am Ziel warst. Ah, ja, eine Glaskuppel ist schön, aber ich glaube nicht, dass ich mir die wahrscheinlich bauen werde hier. Hi, bin wieder da. So. Dann machen wir jetzt mal den hier. Gewitter. Wieder mal. So. Trinken und essen. Ne. Und für den Fall haben wir ja extra ein Aufzugbecken gehabt. Beziehungsweise haben eins. Wo ich ja extra Fische für züchten wollte, ne. Hoppa-pa. Bin wieder daheim. So, wie sieht's denn hier aus, ne. So. Ich nehme mich mal mit. Und natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viele mitnehme. So, Blätterfisch, also die Blasenfisch, sehe ich noch drei. Dann nehme ich die noch mit. Pieper haben wir auch einen genug. Reifisch haben wir genug. So, zwei Boomeränge. Zwei Pieper. Ne, drei Pieper. Alles klar, mitnehmen. So, jetzt haben wir einen Reifisch noch. Und ein Boomerang, Boomerang. Alles klar, sonst haben wir alles. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Salz müssten wir nicht eigentlich auch noch haben, ne. Das habe ich ja nie wirklich aufgebraucht. Weil ich würde dann natürlich Fische jetzt vorbereiten, auch zum Mitnehmen. Klar, wir essen jetzt noch ein paar, aber... Ich mitnehme... Was? Ey, geh weg. Mini-Flieg auf meine Nase. Geh so... So, würde ich sagen... Wir futtern die hier. Machen die zu Wasser und den Rest pökeln wir ein. Also dreimal Salz. Was war das? Ey, roh da draußen. So. Okay. Wasser. Zweimal. Dann... Einmal den hier. Dann einmal den hier. Und einmal den hier. So, und als nächstes... Dreimal gekochter Reifisch, bitte. Hallo? So, fertig. So. Nochmal einen gekochten Reifisch. Dankeschön. Nom, nom, nom. Sehr schön. Wird's dunkel? Nö. Oh, ich wollte dich doch eigentlich einsetzen, ne. Aber wir können das auch anders machen. Moment. Jo, die sind fast alle. Guck mal her. Ich nehm dir mal beide raus, damit du... Kein Mist baust hier. Ähm... So. Da fack ich jetzt mal die Leere rein. Ich wollte jetzt aber gerne Sachen mitnehmen. Genau. Wieviel brauchen wir für so ne Kommando-Basis? Dann will die Kommando-Basis bauen. Wieviel kostet die? Äh, Kontrollraum. Wir haben viermal... Ein erweiterter... Äh, Glas. Hehehe. Aber Glas müsste ich eigentlich noch haben. Ja, perfekt. Okay, dann nehm ich achtmal Titan mit. Warte mal. Aha. Und dann brauchen wir noch zweimal erweiterter Kabelsatz. Also, erstmal viermal Silber holen. Wir haben kein Silber mehr. Nein. Warte, eins, zwei, drei, vier. Müssen wir natürlich auch mal wieder gucken. Müssen wir da wieder was Neues holen. Gold brauchen wir auch, weil wir Dings bauen müssen. Die ist eins, zwei, drei, vier... Äh, Computerchips brauchen wir. Mann! Ich hasse diese unsichtbaren Wände. Eins, zwei, eins, zwei. Okay, sehr schön. Ich hasse... Pfff. So. Also, dann als erstes mal... den Kabelsatz. So, wir brauchen einen... Und nochmal einen. Wir brauchen zwei Kabelsätze, weil ich will... für zwei Kontrollraume. Raume, Raume. Gut, Raume. Kupferdraht. Ah, alles klar. Gut. Eins, zwei, eins, zwei. So. Einmal. Und zweimal. Dann so. Und so. Und dann so. Und... Ah, ich brauche nochmal Gold. Okay. Nochmal Gold. Nochmal Gold. Nochmal Gold. Nochmal Gold. Nochmal Gold. Gold. Eins, zwei. Was braucht ihr denn noch für den Raum? Eins, zwei. Und Glas. Wir haben eigentlich alles dabei. Okay. Das ist gut. Ballabs. So. Zocken wir jetzt alles gleich in unsere Dings rein. In unsere Bahn. Und dann sollte alles wunderbar sein. Wir können das Ding eigentlich auch hier lassen, weil wir haben in unserer Bahn noch ein Ersatzgenerator-Ding. So, und mir hier. Von dem Kram packe ich jetzt mal hier rein. Genau, ihr seid für den Kontrollraum dann zuständig. Wunderbärchen. So, es wird aber gleich wieder dunkel, wie es aussieht. Können wir jetzt mal schlafen legen. Alle, hepp. Bis dahin ist vielleicht sogar die andere noch geladen, dann können wir die einfach gleich mitnehmen als Ersatz. Ups. So. Ist ein bisschen komisch, dass das hier plubbert, wenn es hagelt, aber... Ist in Ordnung, ich geh schlafen. Gute Nacht. Uah. Oh, die Sonne ist aufgegangen, ha, ha, ha. Ihh. Yep. Ende. Tschüss, du Ende. Toll. Ah, stopp. Danke, ich war auch gerade so weit angeweg. Jetzt sagen, warte mal. Kurz das Ding mitnehmen. Oh, ich würde gerne... Ach, den haben wir da hinten gelassen. Ja, ich würde gerne diesen, ähm, Aquarium... Aquarium-Teil auch mitnehmen. Aber... Wo haben wir denn eigentlich unsere... Dings gelassen? Ich würde gerne die Schubkanone Dings mitnehmen. Haben wir euch hier drinne? Ja, haben wir, okay. So. Ähm. Ja, lassen wir mal da drinne. Essen ist da. Okay, und los geht's. Wir fahren wieder zurück nach... Lillipet... Marguerite Heim. Ja. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Yay! So. Und in einem so einem Teil sind wir auch erst mal noch wesentlich schneller. Und zweitens... Klar, es kann sein, dass wir irgendwas Besonderes finden, wo wir dann sagen können, oh Gott, das will ich jetzt unbedingt haben, aber... Who knows, ne? Who knows, who knows? Ach Mist, ich hab bis Sonntag angeschlafen. Ach Gott, äh. Ja. Was Materialien und so angeht... Aua. Da werde ich natürlich dann auch bei Zeiten da wieder mit, ähm, Krebs losgehen, also mit Krabbi, und dann... Geben wir ein paar... Materialien sammeln. So, hallo, Knochen-hai. Oh, leck. Uaaaaaah! Bäm! Mit dem Grafikfehler, ne? Wie so hell. Hier wird's voll lila. Ah, oh, gejuckt. Ja, 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 ich hab's gehört. Da sind die Rails. Graeisch. Ne, ist falsch. Der Wale. Oh, guck mal. Oh, wir müssen unbedingt mit dem Aquarium-Abteil hier nochmal her. Ich will die Dinger fangen. Uah! Alter. Wir müssen unbedingt mit dem Aquarium nochmal hierher, weil ich will unbedingt diese Fische auch fangen. Ich will sämtliche Fische aus den Gegenden haben. Die tüchten nur auf und dann... Ja, das ist Bescheid, ne? Ey, du! Vorsicht! Links und rechts hier. Peller. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Das sieht auch mega künstlich aus hier. Was? Das ist doch... Das ist doch... Hallo? Oh! Warum? Holy fuck! What the... Machen wir bitte das Ding hier aus. Ah, da ist was zum Laserschneiden. Ich glaube, ich nehme mal lieber mein normales... Okay. Hier sind alte... Hier sind unsere Kisten... Die sind Kisten aus unserer... Ding ist drin, ne? Oh! Mannschaftslogbuch. Lesen wir uns gleich im... Dings wieder ruhig, weil... Weil wegen Luft und so. Oh, ich brauche den Laserschneider. Wir kommen hier nicht durch. Denn ich habe keinen Laserschneider. Hier ist auch leer. Das sieht aber noch nicht so ganz fertig aus, wenn man sich mal die Gerätschaften hier so anguckt. Hier. Aufschneiden zu betreten. Ja. Was war durch hier? Hier oben noch irgendwas. So wurzeln. Nein. Ich wollte doch sagen, das sieht ja total... Sieht ja überhaupt nicht künstlich aus hier. So. Mal kurz ein Bild gemacht. Uah. Leck. So. Wir haben ein Mannschaftslogbuch gefunden. Ein Mannschaftslogbuch. Inflict Path Download Data Shipwreck. Schiffswrack. Ah, das ist also das Schiffswrack, was ich dänkte. Co. zum Büro des Chefingenieurs. 6, 2, 9, 5. Alles klar. Das scheint aber nur eine Hälfte zu sein, ne? Aber wie lange liegt das denn bitteschön, dass das so gewachsen ist, ey? Das heißt, es muss so ein anderes Teil davon geben. Also das ist nur eins davon. Da teilt ich mir halt mal so ein bisschen die Augen offen. Nach weiteren... Nach weiteren... Was? Oh nein. Da ist wieder einer. Oh fuck. Tschüss. Okay. Ist er weg? Ich speichere mal. Ah. Ich wollte noch ein bisschen runter. Das ist ja interessant auch. So komm mal ein bisschen näher. Ist das Ding schon wieder da. Oh Gott. Ist aber jetzt nicht da, wo ich gerade war. Hä? Genau, da ist auch einer von den Dings hier. Von diesen anderen Weifeln. Kann ich jetzt hier hin, oder? Alter, was ist das? Guck mal. Hi. Mann. Ja. Okay. Müssen wir ein bisschen wegen der Tiefe aufpassen. Oh. Hi. 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 Holy fuck. Was bist du? Oh mein Gott. Ähm. Da ist gerade der andere an uns vorbeigeschwommen. Überwachst du den hier? Ach du Schöne. Was bist du? Mann. Schnauze. Was bist du denn? Ich würde sagen, er hat uns entdeckt. Ich würde sagen, er hat uns entdeckt. Und ich haue ab. Ich gehe ja schon. Alter, was war das denn für ein Riesenteil? So. Jo. Bleib ruhig da hinten. Holy shit, Alter. Du bleibst da hinten und wir bleiben hier. Bäh. Guck mal, was ist das denn? Das sieht aus wie die Kinder, ne? Guck mal, was ist das denn? Guck mal hier. Rapper rubbeln. Für mich ist die Frage, sind die feindlich? Das ist so für mich gerade die Preisfrage. Auch daraus trinke ich aber erst mal ein. So. Hi. Seid ihr feindlich? Ich habe ja gespeichert. Oben so, so Öffnungen, ne? Hm. Okay. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Alter, was war das denn für ein Riesenteil da unten? Habt ihr es gesehen gehabt? Aber das auch von dem Garnelenhai da beschützt wurde anscheinend. Es sah fast so aus. Das hatte einfach so ein Gefühl davon. Ich würde ja gerne noch das zweite Teil vom Schiff finden. Ich habe so viel Glück, wenn ich es nicht habe. Tschüss. Haha. So, Leute, mit dem Eindruck von eben. Wenn nicht die Folge mal für heute. Wäre super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt an den roten Knopf der Tiefsee. Und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal noch ein bisschen weiter hier um. Und gucken mal, ob wir die zweite Hälfte des Schiffs finden. Also, bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung. BR 2018